Heute gibt es wieder einen besonderen Test für euch, auch wieder einen aus der Kategorie Fun-Test. Da hatte ich ja letztes Mal einen Fun-IQ-Test, der aber nicht so gut war. Heute machen wir einfach mal Alien-Wiz. Hört sich interessant an. Dann schauen wir mal, was wir da so finden. Ist dein Lehrer ein Außerirdischer? Das können wir mal machen. Hört sich interessant an. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal gleich ein. Frage 1. Im Matheunterricht teilt dein Lehrer einen unangekündigten Test aus. Was steht auf dem ausgeteilten Blatt? Könnte du auch immer sagen. Auf dem Blatt steht die Erklärung der Erklärung. Okay. Ein Apfel, was eine Birne und so weiter. Ein paar Rechenaufgaben, für die ich leider nicht gelernt habe, was sonst. Auf dem Blatt sind eine Hei-Totenschädel mit seltsamen Zahlenwürgen dazwischen. Ja, meistens bei uns in Mathe eigentlich immer ein paar Rechenaufgaben, für die ich nicht gelernt habe. Solche Sachen jetzt eher nicht. Die anderen drei. Ja, der Test ist auf jeden Fall schon mal bis jetzt besser, als beim letzten Mal. Jetzt mal was zum Aussehen deines hoffentlich nicht außerirdischen Leerhars. Das kommt auf eigentlich aber mehr an der Haare. Wie ein Leerhaar halt eben Lockenkopf, spitze Hunde Nase und ein knallkönes Gesicht, das eher nicht. Eben ein Hut auf den Kopf, auch nicht. Immer dieselben Klamotten. Also ich achte niemals auf Klamotten. Also es ist tatsächlich so, achte ich eigentlich nicht darauf auf Klamotten. Eigentlich wie so ein Leerhaar halt. Also die Leerhaar sehen ja eigentlich gefühlt auch immer gleich aus. Also wenn man zum Beispiel Leute zum Beispiel auf der Straße sieht, in der Stadt oder so, wenn man mal unterwegs ist irgendwo. Dann kennt man das eigentlich schon relativ schnell, wie so ein Leerhaar halt aussieht. Also ganz normal. Wie spricht denn Leerhaar zu euch? Auch sehr interessant. Er klärt uns alles ganz genau und sein Unterricht ist sogar interessant. Manchmal ist es tatsächlich interessant im Unterricht, aber auch nicht immer. Er hat eine langweilige monotone Stimme und bei ihm schläft jeder ein. Das ist wirklich nicht der Fall. Ich bin in der Schule fast noch nie eingeschlafen. Ich glaube, ich bin bestimmt schon mal eingeschlafen, aber in diesem Schuljahr noch nie ich. Er schmeißt mit unbekämpflichen Begriffen um sich hier rum und wir müssen das auch noch verstehen. Das auch nicht. Er hat eine seltsame Ausdrucksweise und niemand versteht, was er überhaupt sagen will. Da würde ich eher das Erste sagen. Weil die Leerhaar an meiner Schule, wo ich bin, ja, die erklären ist wirklich alles ziemlich genau. Und das nicht nur einmal, wenn man es nicht verstanden hat, dann wird das natürlich auch wieder wiederholt, was ich auch ziemlich gut finde. Ist halt eben auch eine Privatschule. Deshalb gehe ich jetzt auch nicht auf eine startliche Schule, weil das Lernen mir jetzt auch nicht so einfach fällt. Dann brauche ich schon ein bisschen Zeit, um das zu verstehen. Die Pausenglocke läutet. Wie reagiert eure Leerhaar? Er schreit uns an, sitzen bleiben? Ne, das habe ich wirklich noch nicht gehört. Bei keinem einzigen. Und ich habe auch schon zehn Jahre Schulzeit hinter mir. Und da habe ich das noch kein einziges Mal mitbekommen, dass der Leerhaar schreit, dass man sitzen bleiben soll, wenn die Pause dingelt. Er stellt sie neben die Tür und verteilt Süßigkeiten und Geld. Das wäre mal schön. Das wäre echt mal schön. Er packt seine Sachen zusammen und geht. Ja, das macht eigentlich jeder. Bei der Pause machen wir jetzt auch. Packen wir unsere Sachen zusammen und gehen wir einfach. Macht der Leerhaar auch. Er springt auf den Tisch und fängt an zu tanzen. Auch eine lustige Vorstellung. Wenn man das denkt, aber nee. Einfach ganz normal, also. Wir packen einfach alle unsere Sachen zusammen und gehen in die Pause. Wie kommt der Leerhaar morgens zur Schule? Mit Auto oder Bus, was weiß ich. Er fährt mit dem Schulbus, um schon einmal ein paar Schüler zu quälen. Ne, das nicht. In einem Autofahrer getaten UFO? Nein, auch nicht. Mit dem Krankenwagen und in Zwangsjacke? Das auch nicht, also. Ich würde sehr sagen, ich weiß es nicht genau. Mit Auto oder Bus oder Zug, keine Ahnung. Ist bei jedem Leerhaar unterschiedlich. Bei uns. Wie betritt dann Leerhaar den Klassenraum? Hier sogar ein schönes Bild von einem Klassenraum. Sieht bei uns in der Schule etwas anders aus, aber okay. Er öffnet die Tür, schließt sie hinter sich und geht zum Pult. Wahrscheinlich die normalste Heinkommensweise. Er stampft durch die Tür und knallt sie hinter sich zu, dass jedes Mal die ganze Schule wackelt. Nein, das auch nicht. Also, da würde ich Stein jetzt eher zum Ersten tendieren. Er kommt durch die Decke und muss diese am Ende der Stunde wieder flicken. Das auch nicht. Weil durch die Decke kommen, das wäre ja dann vom Erdgeschoss runter, weil mein Klassenzimmer befindet sich dieses Jahr im Keller. Also, das ist echt... Welche Schule hat schon Klassenzimmer im Keller? Da denke ich, sind wir auf jeden Fall auch in der Ausnahme. Naja, im Keller. Unten hat vielleicht den Vorteil, dass es im Sommer nicht so heiß unten ist. Aber heute war es auch schon ziemlich kalt in der Schule, also wirklich. Er steht plötzlich im Raum und grinst uns an. Das auch nicht. Außer man hat natürlich nicht aufgepasst. Aber da würde ich auch hier wieder zum Ersten tendieren, dass einfach die Lehrer in meiner Schule einfach auch alle ziemlich normal sind. Dass da keiner irgendwie so, naja, komisch ist, wie das hier beschrieben ist. Der Lehrer erwischt dich beim Kaugummi kauen. Was tut er da haufen? Also, ich kau in der Schule definitiv keinen Kaugummi. Habe ich noch nie gemacht. Werd ich auch nie machen. Er schmeißt mich zum Kaugummi in den Mülleimer. Oh, das wär auch... Das wär auch mal ne Idee, dass man das machen könnte. Aber nee, das macht bei uns keiner. Kaugummi-Haus, Verwarnung, Klassenbuch, einen guten Tag. Naja, Klassenbuch, einen guten Tag wahrscheinlich noch nicht. Aber ne Verwarnung wird's auf jeden Fall da geben. Er fragt mich danach und bekommt auch einen von mir geschenkt. Das wird auch kein Lehrer machen bei uns an der Schule. Er nimmt den Kaugummi entgegen und kaut ihn selbst weiter. Nee, dann würde ich eher sagen, wirklich Kaugummi-Haus. Klar, wenn man erwischt, muss man ein Kaugummi-Haus tun. Aber Klassenbuch, einen Tag bekommt man da noch nicht gleich. Also, so hängt's bei uns eigentlich auch nicht ab. Dann, Frage 8. Wie sieht seine Schrift an der Tafel aus? Und das ist bei jedem Lehrer unterschiedlich. Muss man ganz klar sagen. Was für eine Tafel unsere Lehrer diktiert und so. Ist bei uns nicht so. Wir müssen öfter mal was abschreiben. Ein etwas unleserlicher Schrift. Ja, die Lehrer haben meistens etwas unleserlicher Schriften. Das stimmt schon. Da hab ich bei mir in der Schule auch ein paar Kandidaten, die da etwas unleserlich schreiben. Unser Lehrer malt uns alles auf an der Wand und danach isst er die Kite auf. Nee, das auch nicht. Er lässt uns nicht schreiben, da er von zu viel Aufschreiben Kopf hier bekommt und unsere Sprache nicht so ganz beherrscht. Also, ich würde eher sagen, unleserliche Schrift, weil das andere trifft auch nicht so zu. Es trifft eigentlich gar nichts hier so richtig zu. Frage 9. Schon die vorletzte Frage. Wie denkst du, bekommt dein Lehrer deine Noten von der Klassenarbeit heraus? Noten, er malt einen Smiley darunter oder er stopft die Arbeiten gleich in seinen Kamin. Boah, Smiley ist hier eigentlich auch falsch geschrieben. Schreibt man, ist so überhaupt nicht. Schreibt man Y hin. Er schreibt überall einen 6 darunter. Damit hat sich's dann erledigt. Es gibt bei uns nur eins, weil unser Lehrer weiß nicht, wie man andere Noten schreibt. Das auch nicht. Er hindert das 3 Stunden lang aus. Und da würde ich sogar auch auf das 3 Stunden ausrechnen gehen. Weil bei uns die Lehrer, die schauen die Schulaufgaben noch 5000 Mal an, bevor sie uns die dann wieder rausgeben. Das kann manchmal schon echt 3 Wochen dauern. Letztes Schuljahr war es glaube ich so, da hatten wir eine Schulaufgabe erst nach 4 Wochen oder nach einem Monat zurückbekommen. Naja, weil einige Lehrer lang brauchen zu korrigieren. Muss man ganz klar sagen. Aber auch bei anderen bekommt man die Schulaufgaben 2 Tage später wieder raus. Also, na. Was hältst du von deinem Lehrer? Das ist jetzt die Frage. Von welchem Lehrer? Es geht so. Ich hasse ihn. Er ist ganz nett. Ihr könnt ihn in die Klapse. Also, ich finde bei mir in der Schule sind wirklich alle Lehrer in Ordnung. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Aber es ist tatsächlich so. Ich komme mit allen Lehrern wirklich gut klar. Mehr oder weniger natürlich. Mit den Lehrern, die wir haben auf dem Fall. Kann man mit allen klarkommen. Musst du bei deinem Lehrer oft nachsitzen. Manchmal, ihr nehmt das Nachsitzen nicht mehr zur Bestrafung, seit wir dabei Poker gespielt haben und ihr verloren habt. Nachsitzen, was ist das? Sonntags, täglich sogar sonntags. Und es ist tatsächlich so, bei uns in der Schule gibt es tatsächlich kein einziges Nachsitzen. Wirklich. Da musste noch nie jemand nachsitzen. Egal, auf welcher Schule ich war. Das gibt es bei uns irgendwie gar nicht. Deshalb musste ich auch nun wirklich noch nie nachsitzen. Weil es war so Kundenschule, da musste man noch nicht nachsitzen. Klar, da lief alles noch ein bisschen ruhiger ab. Dann, Mittelschule hatten wir sowieso bis 4 Uhr Nachmittagsunterricht. Da konnte man danach nicht mehr da bleiben. Da hat ein Lehrer dann auch keinen Bock mehr da zu bleiben. Und jetzt auf der weiterführenden Schule, da gibt es Nachsitzen eigentlich auch nicht. Weil sich da auch jeder eigentlich benehmen kann. Es ist immer schon alt genug, dass man sich da in der Schule benimmt. Frage 12, wie viele Fragen sind das hier eigentlich? Okay, 12 Fragen. Okay, dann können wir das alles in ein Video nehmen. Du triffst deinen Lehrer im Supermarkt. Wie reagiert er? Ist mir tatsächlich schon mal passiert, dass jemand ja schon mal im Supermarkt getroffen hat. Wie hat er damals reagiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Er klettert wie Tarzan, die Hegale hoch und wiegt wie ein Meerschweinchen. Solche Lehrer soll sie auch geben, aber nee, er nicht. Er schmeißt alle Hegale um und gibt mir die Schuld dafür. Er bezahlt meine Sachen, die ich mir kaufen wollte. Das wäre auch mal eine Idee, dass Lehrer sowas machen würde, aber nee. Er grüßt mich also Lehrer sind alle höflich, denke ich. Und ganz klar, welcher Lehrer würde diese drei Sachen hier machen? Kein einziger wahrscheinlich. Gehen wir auf Auswertung. So, hier ist die Auswertung. Zu 75% ist mein Lehrer ganz normal und stinkt langweilig. Also langweilig ist er nicht, muss man ganz klar sagen. Aber ich denke, die Lehrer, wo ich habe, sind alle normal. Muss man ganz klar sagen. Da ist keiner irgendwie komisch oder so. Zu 25% ist dein Lehrer super netter Außerirdischer. der euch sicher noch eine sehr lustige Zeit schenken wird. Okay. Zu 0% ist dein Außerirdischer Monster. das trifft nicht so. Und aus dem Irrenhaus im Flohn ist die Lehrer auch nicht von uns. Also der Test ist schon etwas cool, muss man ganz sagen. Der Test ist viel besser als der letzte. Ziemlich interessant auf dem Wall. Also, ich habe ganz normale Lehrer. Sind alle ganz normal. und sind auch nett. Also, kann man auf jeden Fall mitzufrieden sein. Und somit würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit diesem Video. Also, bis zum nächsten Mal und ciao. somit war es los, bis zum nächsten Mal. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal.